Die Egmont Wilhelm GmbH ist einer der weltweit führenden Hersteller von Pressen und Prüfsystemen. Professionell, qualitätsstark, termintreu. Ob hochpräzise elektromechanische Servopressen oder vielseitige Prüfsysteme, ob komplette Anlagen oder exklusive Individualsysteme, die Egmont Wilhelm GmbH plant und produziert alle Lösungen aus einer Hand. Bei einer umfassenden Beratung erhalten die Kunden die bestmögliche Lösung für ihre Automatisierungs-, Montage- und Prüfaufgaben. Ein erfahrenes Entwicklungsteam entwirft in realitätsnahen 3D-CAD-Konstruktionen alle Systeme und Komponenten, welche in der Praxis durch Qualität, Funktionalität und Zuverlässigkeit bestechen. Im modernen Maschinenpark der Egmont Wilhelm GmbH entstehen Komponenten wie komplette Anlagen, individuell nach Kundenwunsch. Hier fertigt das Unternehmen komplette Servopressenanlagen, Montage- und Prüfmaschinen für verschiedenste Anforderungen, vielseitige Handarbeitsplätze und kundenspezifische Werkzeuge in überzeugender Qualität made in Germany. Kunden weltweit aus der Automobilindustrie, dem Anlagen- und Maschinenbau, der Pharmaindustrie und Medizintechnik Vertrauen auf diese Qualität und die stetige Expansion des Unternehmens ist Ausdruck dieser partnerschaftlichen Zusammenarbeit. Egmont Wilhelm – Qualität und Präzision seit 25 Jahren